Liebe Energie Graz, was tut ihr für meine Zukunft? Wir verbessern unseren Lebensraum. Saubere, leistbare Energie. Garantierte Entsorgungssicherheit. Für uns und unsere nachkommenden Generationen. Dieser Vision folgend errichten wir ein Zukunftsprojekt für mehr Unabhängigkeit, Sicherheit und Klimaschutz. Die energetische Klärschlammverwertung Gößendorf. Kurz EKV. Wir werden Klärschlamm aus der Kläranlage der Stadt Graz und aus weiteren regionalen Kläranlagen direkt in der EKV energetisch verwerten, statt diese wie bisher zu weit entfernten Verwertungsanlagen transportieren zu müssen. Dadurch können wir ganzjährig sicher, preisstabil und umweltfreundlich Fernwärme für 7000 Wohnungen erzeugen und reduzieren damit den bislang erforderlichen Einsatz von Gaskraftwerken. Wir sparen damit jährlich 10.000 Tonnen CO2 und mehr als 1.000 Lkw-Fahrten ein. Schon 2029 werden wir in Betrieb gehen. Sicher, unabhängig, leben. Energetische Klärschlammverwertung Gößendorf. Für uns und uns.